Arbeitsspeicher kommt normalerweise in bekannten Größenklassen daher. 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB und so weiter. Allerdings, dieses feste Schema hat Crucial jetzt ein wenig aufgebrochen. So bieten diese beispielsweise für Notebooks mittlerweile 48 GB Arbeitsspeichermodule an. 48 GB, das heißt zwei Arbeitsspeichermodule, ergeben 96 GB Arbeitsspeicher. Gewaltige Mengen für einen Notebook oder einen Mini-PC. Allerdings stellt sich hier eine Frage, sind diese Arbeitsspeichermodule generell kompatibel zu den handelsüblichen Systemen, Notebooks, Mini-PCs und so weiter? Oder braucht es hier irgendwelche BIOS-Updates? Unterstützen diese Arbeitsspeichermengen nur spezielle Prozessoren? Weil die meisten Hersteller schreiben maximal 64 GB Arbeitsspeicher. Liegt das einfach daran, dass es zu dem Zeitpunkt, als die Hersteller diese Angabe getätigt haben, nicht mehr gab? Oder gibt es hier tatsächlich ein festes Limit in den Systemen? Intel schreibt sogar beim N100, welchen wir hier beispielsweise im Geekom Mini-PC haben, nur dabei, dass maximal 16 GB Arbeitsspeicher unterstützt werden. Stimmt das? Genau dieser Frage möchte ich in diesem kleinen Video einfach mal nachgehen. Und ich habe gedacht, komm, lass ich dich daran teilhaben, indem ich jetzt einfach mal ausprobiere. Funktioniert dieser Arbeitsspeicher, die 2x48 GB, wirklich in all diesen Systemen? Intel N100, AMD Ryzen 6000er CPU-Serie, AMD Ryzen 7000er CPU-Serie. Funktioniert ihr überall? Gibt es Kompatibilitätsprobleme oder Einschränkungen? Finden wir es heraus. Starten wir einfach mit dem Geekom Mini Air 12. Dies ist ein, ja, Einsteiger-Mini-PC mit dem Intel N100. Der Intel N100 ist, ja, mittlerweile ein relativ populärer Prozessor. Ich würde sagen, so geistiger Nachfolger der Intel Atom-Serie. Also wirklich leistungstechnisch absolut am untersten Ende angeordnet. Aber, ja, stromsparend, günstig, als Office-PC gerade so ausreichend. Aus meiner Sicht primär interessant, wenn du beispielsweise einen kleinen Home-Server basteln willst für ein Home-Assistent oder sowas. So als Raspberry Pi-Ersatz oder in NAS-Systemen. Super CPU für NAS-Systeme, sehr, sehr sparsam, ausreichend schnell dafür. Allerdings mit einer gewissen Limitierung. Und zwar, wir haben nur einen Arbeitsspeicher-Slot. Dieser kann DDR5 oder DDR4 sein, je nach Mainboard. Hier ist er offensichtlich DDR5. Intel spricht hier lediglich von maximal 16 GB Arbeitsspeicher. Was ich sehr, sehr interessant finde. Denn, ja, als dieser Prozess auf den Markt kam, das war, glaube ich, Ende 22, Anfang 23, gab es natürlich schon 32 GB Arbeitsspeichermodule. Gibt es hier also wirklich eine, ich nenne es mal, feste Limitierung auf maximal 16 GB? Finden wir es heraus. Bauen wir einfach mal 48 GB ein. Ich glaube, damit hat der Prozessor auch nicht gerechnet, dass er jemals so viel Arbeitsspeicher in seinem Leben sehen wird. Dann schauen wir mal, ob der N100 mehr als 16 GB Arbeitsspeicher akzeptiert. Versuchen wir direkt ins BIOS zu kommen. Und wir sind im BIOS. Und, kannst du sehen, er sagt sogar 49.152 MB. Intel N100, kannst du sehen, 4800 MHz. Das hatte ich auch schon im Vorhinein so gelesen. Das ist wohl die maximale unterstützte Frequenz. Gut, ist halt so, wir haben jetzt hier 5600er RAM dringend, der läuft dann halt mit 4800, keine große Sache. Aber offensichtlich funktioniert die Arbeitsspeichergröße soweit mit dem Intel N100 problemlos. Obwohl Intel selbst nur sagt, dass maximal 16 GB funktionieren würden. Machen wir weiter mit dem B-Link SEA 6. Das ist ein, ja, mittlerweile schon etwas älterer B-Link Mini-PC mit einem AMD Ryzen 5 6600H. Das ist ein AMD Zen 3 Plus Prozessor. Das war ja diese Zwischenstufe zwischen AMD Zen 3 und Zen 4. Also im Grunde genommen Zen 3 mit, ich glaube, es war besserer GPU und Support für DDR5-Arbeitsspeicher. Wollen wir mal schauen, ob dieser, der ganz klar gebaut wurde, bevor dieser Arbeitsspeicher irgendwie denkbar war, die 96 GB dann insgesamt akzeptiert. Dann schauen wir mal, ob auch Mini-PC Nummer 2 den Arbeitsspeicher akzeptiert. Es hat eine Weile gedauert. Der PC hat mich jetzt hier sehr auf die Folter gespannt, aber es sieht so aus, als wäre er gestartet. Da haben wir Windows, loggen wir uns mal ein und schauen mal, ob da, ob beide Module korrekt erkannt wurden. Task Manager, 4% Arbeitsspeicherauslastung, das sieht gut aus, 92,7 GB Arbeitsspeicher. Geschwindigkeit sagt er mir aber auch nur, 4800 MHz. Vielleicht könnte ich das im BIOS noch hochstellen, aber die volle Menge Arbeitsspeicher wirkt auch hier erkannt. Also zwei von vier PCs funktioniert der Arbeitsspeicher soweit. Machen wir weiter mit dem Minis Forum UM790 Pro. Hier haben wir einen wirklich, das ist ein richtig schöner Mini-PC mit dem AMD Ryzen 9 7940 HS. Also einer aktuellen, ja, wir können sie durchaus als High-End-CPU bezeichnen, aber erneut, man findet keine Informationen auf der Hersteller-Webseite, wie viel Arbeitsspeicher unterstützt wird, beziehungsweise wenn, wird in der Regel immer nur von bis zu 64 GB gesprochen. Wollen wir einfach mal schauen, ob das stimmt. Dann schauen wir mal, was der UM790 Pro zu so viel Arbeitsspeicher zu sagen hat. Und auch hier sieht es gut aus, der Start hat erneut relativ lange gedauert, aber wenn du schon mal einen AMD Ryzen Desktop-PC mit dem neueren AMD CPUs gebaut hast, wirst du wissen, dass immer der erste Start mit neu eingesetztem Arbeitsspeicher durchaus eine Weile dauern kann. In Zukunft, ich nenne es mal die weiteren Starts, würden bei diesem PC dann auch nicht so lange dauern. Können wir uns auch mal gleich ansehen vielleicht. Aber schauen wir erst einmal, ob der Arbeitsspeicher sauber erkannt wurde. Leistung, Arbeitsspeicher, ich sehe 96 GB da oben mit 5600 MHz. Wurde also hier vom AMD Ryzen 9 7940 HS in diesem Mini-PC anscheinend absolut problemlos erkannt. Und auch hier diesmal mit dem vollen Tempo. Und schauen wir mal einfach ganz kurz, ob das Booten wirklich immer so lange dauert. Fahren wir den kleinen mal runter. Und schauen wir mal, ob dann der nächste Start schneller geht. Oder ob das dann jetzt immer so lange dauert mit so viel Arbeitsspeicher. Das wäre natürlich ein doch nennenswerter Nachteil, aber glaube ich eigentlich nicht. So, PC ist aus und drücken wir mal wieder an. LED leuchtet. Schauen wir mal, wie lange es diesmal dauert, bis ein Bild kommt. Und da ist es sofort da. Also nur der erste Start nach dem Einbau des Arbeitsspeichers scheint eine gute Weile bei den AMD-Maschinen zu dauern. Kommen wir zu dem PC bzw. Notebook, wofür ich diesen Arbeitsspeicher eigentlich gekauft habe. Denn ich habe den Arbeitsspeicher, der hier drin ist, aus dem eigentlich Mini-Forums-PC geklaut. Schauen wir mal, ob er hier funktioniert. Wir haben hier das Framework 16 Laptop vor uns. Ich denke, das wird den meisten Technik-Enthusiasten ja schon bekannt sein. Aufgrund einer gewissen, ja, du kannst es sehen, Modularität. Gucken wir mal, ob wir dieses jetzt hier auch schnell und effizient auseinandergebaut kriegen. Die Antwort ist höchstwahrscheinlich ja, denn das habe ich ja schon mal gemacht, um den ursprünglichen Arbeitsspeicher einzubauen. Funktioniert tatsächlich ganz gut. Hat zwar hier jetzt einige Schrauben in der Basisplatte, aber das geht im Allgemeinen relativ flott. Dann schauen wir mal, ob auch in System Nummer 4 der Arbeitsspeicher problemlos funktioniert. Falls ja, klar logisch, das spricht jetzt nicht für alle Systeme, die es mit DDR5-Arbeitsspeicher auf dem Markt gibt. Aber wenn vier von vier Systemen, die ich jetzt hier getestet habe, mit, ja, zumindest drei davon mit sehr unterschiedlichen Prozessoren, diesen Arbeitsspeicher brav akzeptieren, dann denke ich, ist davon auszugehen, dass du in der Regel mit den 48- bzw. dann halt 96-Gigabyte-Arbeitsspeichermodulen keine großen Probleme in der Praxis haben wirst und das einfach die Herstellerangabe von bis zu 64-Gigabyte-Arbeitsspeicher, und es sieht so aus, als würde das Notebook angehen, halt einfach, ja, weil es diese Arbeitsspeichermodule zu dem Zeitpunkt noch nicht gab, deswegen halt bis 64-Gigabyte, und beim Intel N100, warum auch immer Intel meint, dass da 16-Gigabyte das Maximale am Arbeitsspeicher sind, ich habe keine Ahnung, um Leute abzuschrecken, die CPU zu kaufen, möglich, um halt die teureren Prozessoren, so nach dem Motto, ja, wenn du mehr Arbeitsspeicher willst, teurer Prozessor, aber es scheint auch bei dem Intel N100 problemlos mit den 48-Gigabyte-Modulen zu funktionieren, entsprechend wird der Intel N100 auch 32-Gigabyte akzeptieren, und kannst sehen, ist gestartet, ich logge mich mal kurz ein, so, und auch hier haben wir 96-Gigabyte-Arbeitsspeicher und 5600 Megahertz, entsprechend wurde der Arbeitsspeicher vom Framework 16 voll erkannt, auch mit dem vollen Tempo, und ich denke, das passt auch ganz gut zum Fazit, wir haben hier zwar sehr außergewöhnliche Arbeitsspeichermodule, 48-Gigabyte pro Modul, 96-Gigabyte Arbeitsspeicher insgesamt, für ein Notebook ist das, ja, eine fast undagewesene Kapazität bisher, ich glaube, das haben andere Notebooks das bisher erreicht, wenn nur irgendwelche Spezial-Notebooks, die dann vier Arbeitsspeicher-Slots hatten, weil sie irgendeine Desktop-CPU hatten oder irgendwie sowas, aber 96-Gigabyte Arbeitsspeicher in einem Notebook ist halt schon gewaltig, aber so wie es aussieht, ja, scheinen die PCs keine großen Probleme mit diesem ganzen, mit dieser Menge Arbeitsspeicher zu haben, klar, logisch, ich kann nicht für alle Systeme sprechen, aber zumindestens hier in diesem Fall, auch selbst mit der günstigen Intel N100-CPU, scheint es kein fixes Limit zu geben, so nach dem Motto, ja, wenn mehr als 16-Gigabyte oder mehr als 64-Gigabyte verbaut sind, erkenn nicht mehr oder starte nicht mehr, scheint es nicht zu geben, die Krüschel-Arbeitsspeichermodule scheinen soweit problemlos zu funktionieren, und ja, viel mehr, glaube ich, gibt es da nicht mehr zu sagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, dieses Video konnte dir so ein wenig weiterhelfen, auch wenn es, ja, so ein wenig außergewöhnlich jetzt hier für meinen Kanal war.